Kaiserwetter am Startup Day 2013. In der Villa Blanca informieren sich am 6. Juni fast 250 Gründungsinteressierte, Gründer, erfolgreiche Unternehmer und Investoren zum Thema Entrepreneurship. Die Atmosphäre stimmt. Viele junge Leute, viele Ideen, ein sehr positives Klima. Viel spannendes neues Gehör auf jeden Fall cool. Mutige junge Leute. Wirklich Geschichten von Leuten zu hören, die das selber gemacht haben. Spannende Keynotes, interessante Speaker. Die Veranstalter von CAST und AWS, dem Austria Wirtschafts-Service, haben ein interessantes Programm zusammengestellt. Also eine Veranstaltung, wo man sich persönlich treffen, persönlich austauschen kann, ist meiner Meinung nach ganz besonders wichtig. Es gibt zwar viele elektronische Medien mittlerweile, elektronische Möglichkeiten sich zu vernetzen, aber das persönliche Gespräch und der Kontakt mit Leuten, der Kontakt mit erfahrenen Gründerinnen und Gründern, aber auch mit Personen aus der Finanzierungsszene, mit Personen, die einfach Erfahrungen haben, die sie weitergeben können. Das trifft, glaube ich, für die gesamte Gründerszene, egal wozu, dass man sich persönlich austauschen können muss. Nicht nur Vorträge, sondern auch Gesprächsrunden und Business-Workshops gewähren an den Gästen tiefe Einblicke. Neben Themen wie Businessplan, Lean Startup oder Open Innovation geben erfolgreiche Entrepreneure Einblicke in ihren Alltag. Startup Day ist sehr cool, weil es einfach für uns eine Möglichkeit ist, vielleicht auch andere Leute zu inspirieren, denselben Weg einzuschlagen. Also weil wir einfach sehr jung gegründet haben und das ist einfach wahnsinnig selten. Wir fänden es cool, wenn es mehr Leute machen. Wenn man einfach nur einen Job hat, den man macht, weil man in die Kohle oder weil man irgendwie reingeraten ist, ich glaube, dann hat man nicht so ein Gefühlsleben wie beim Startup. Weil da ist einfach jedes, jeder Erfolg macht einen mega glücklich und jede Niederlage ist total, macht einen auch super traurig und man spürt einfach jeden Tag, dass man krass lebendig ist. Ein gutes Stückchen Erfindergeist zeigen dieses Jahr auch die Veranstalter. Als wegen einem Gasalarm das Publikum evakuiert werden muss, werden die Workshops kurzerhand ins Freie verlegt. Die unbeirrbaren Gäste lauschen am Nachmittag Unternehmenspersönlichkeiten aus allen Branchen. Ganz persönlich und hautnah. Heute ist vieles selbstverständlich geworden, wofür man früher viel Überzeugungsarbeit leisten müsste. Und das ist natürlich sehr schön. Das Thema ist angekommen. Es gibt Menschen, die sagen, das ist das Richtige für mich, das will ich jetzt angehen, ich will ein Unternehmen gründen. Dass wir jetzt allmählich auch im deutschsprachigen Raum den Durchbruch geschafft haben, dass das Thema Gründen viel mehr auf dem Radar von Menschen ist, als es vielleicht noch vor fünf Jahren der Fall war. Und dass Networking in so einem Umfeld ganz besonders Spaß macht, muss man den inspirierten Teilnehmern nicht zweimal sagen. Also ich bin eigentlich mit ganz wenig Erwartungen hergekommen. Ich habe gedacht, ich lasse mich einfach überraschen von diesen ganzen vielfältigen Referenten. Für mich war es ganz cool, auch andere kennenzulernen. Ich habe mich sehr viel ausgetauscht mit Leuten, die ähnliche Erfahrungen machen. Das war heute echt eine Inspiration. Also ich gehe gestärkt irgendwie weiter durch die Selbstständigkeit. Ein absoluter Gewinn. Ich nehme mit, dass es ganz, ganz viele Interessenten gibt, die sich das Angebot annehmen, die sich hier informiert haben und die hoffentlich ganz, ganz viel im Gründungsbereich machen werden in Zukunft.